Also Lena kann man gerade nicht übersehen, muss ich wirklich sagen. Wir werden alle sterben. Ja, es könnte passieren. Es könnte passieren, aber wir werden es testen, ob es funktioniert. Eine strahlende Schein. Aber läuft geschmeidig. Ja, ich bin auch erstaunt. Das einzige, die die Cam wollte heute nicht. Und ja, ich habe dann, wie gesagt, einfach nur noch Parla gespielt. Also Vergelter ist nicht meins. Habe ich auch schon ausprobiert, aber... Ne. Mein Tal ist voll. Ihr habt das jetzt nicht gesehen, dass die Taschen noch voll sind und sowas in der Art und Weise. Ich habe ja keinen Kaffee mehr, das ist ja das Problem. Ich habe keinen Kaffee. Also ihr habt das nicht gesehen, ne? Hat jemand geklippt? Nein, hat keiner geklippt. Die Sonne geht auf. Nein. Ich würde ja sagen, es wird Abend, aber nein. Hier ist es so ein bisschen. Nicht so sonnig. Was? Ich habe ein... Ich wollte... Ich habe was geguckt und da flog leider ein Schuh vorbei. Zidere war's. Zidere ist dran schuld. Zidere hing sogar noch am Schuh deswegen. Ähm, warte mal. Kissenschlag? Ja, Kissenschlag ist cool. Kissenschlag ist immer toll. Jage mich nicht. Ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schokolade. Habe ich mich gerade erschreckt, doch. Was ist denn das jetzt für ein Sound im Spiel? Oh, Fami, ey. Ich habe mich gerade echt gefragt, wo dieser Sound im Spiel gerade weg ist. Oh Gott. Ähm, man macht böse Dinge. Mach das bitte nicht nach. Ähm. Ne? Aber Burning, hier ist es eigentlich, ähm, also hier ist der Hauptsitz sozusagen, ähm, hier machen wir den meisten Kram. Es ist eine fiese Quest. Es ist eine sehr fiese Quest. Ich sehe gerade, das sieht ja richtig merkwürdig aus. Ja, ein bisschen. Bisschen sehr, ne? Ein bisschen. Oh Gott, das sehe ich aus. Ja. Oh nein! Was ist denn das? Oh Gott. Habe ich noch die Quest mit dem komischen Riesendings da? Ja, aber guck dir mal die Form bitte an. Hast du die Form hier schon mal gesehen? Komm mal bitte zu mir. Ich werde jetzt nicht die Kamera drehen. Es kam mich gerade voll durcheinander. In Amiland ist man auch mit 21 vorjährig. Entschuldigung. Ja, ich habe mich gerade verdattelt. Ja, ist man. Ist man. Ich habe das gerade falsch aufgenommen. Ich bin hier gerade durcheinander. Ja, ist man. Ich bin hier gerade voll durcheinander gekommen, weil ich eigentlich diese blöde Quest kurz gesucht habe. Wenn wir das freigeschaltet haben, dann können wir weitererzählen. Ich wollte es jetzt nur noch freischalten. Verzweiflung bringen. Ich glaube mir, es war immer schon die Frage, ob der Tank schon wusste, was auf ihn zukommt, wenn ich dabei war. Und man kann sich dann vorstellen, was es hieß für den Tank, wenn schon so eine Frage gestellt worden ist. Ich habe Tanks echt zur Verzweiflung gebracht. Ich habe auch noch den schlimmsten Fall hingekriegt, dass ich in Pechschwingen-Hort die Akku zog als Heilpriester. Naja, gut, man muss auch dazu sagen, ich war ja halber Schattenpriester. Zu dem Zeitpunkt wusste nur keiner. Weil da könnt ihr nämlich auch weiter... Ah nein, warte mal. Warte mal. Ich muss was anderes machen. Ich habe gerade einen Schwierigkeitsfaktor bezüglich Windy Raiden. Aber ich weiß, wo wir hingehen. Ich weiß, wo wir hingehen.